so meine lieben damen und herren wir waren stehen geblieben und zwar unser letzter triumph am vergangenen wochenende war die erste walküre doch zu besiegen nach mehreren anläufen aber wir haben es hingekriegt etwa ein sehr schöner erfolg für mich da habe ich mich sehr darüber freut dass wir mit der ausstattung wie wir sie bis jetzt haben dass wir das hingekriegt haben ja und der lachte einfach und findet nicht lustig tut mir leid stell dir mal einen schönen gruß saßte sorry waren versehen ich habe zu dollen hunger gehabt kann ja nie doll sein sie sagt dann höchstwahrscheinlich a hier paar peanuts hat sowieso keinen sinn ach ja so mit ziele meine lieben weil sie ihr mut das schicksal der walküren in erfahrung bringen weitere walküren suchen ja wir haben die walküre besiegt aber es war nicht leicht da hast recht ihr geist sprach nach ihrem tod zu uns und sagte wir hätten sie befreit sie bat uns ihre schwestern zu helfen als ihre schwestern ihr auch nur ein wenig ähnlich sind wird das eine herausforderung oh ja ich freue mich sehr darüber kann man nicht markieren weil es gibt etliche ja und zwar all diese welche blauen positionen könnten sind beziehungsweise könnten walküren sein ja oder andere schöne heraus herausforderungen wie hier ähm hättest klubig sohn und schreien hier oder so so ein welten 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 loch wo so eine lilanen herrschaften rauskommen ich bin mal raus muss noch den kopf irgendwie durchlüften euch viel spaß dankeschön johnny vielen vielen lieben dank dass du mit bei warst ich wünsche dir einen super schönen abend bei dem was du vor hast und viel erfolg beim lüften bis später oder bis morgen vielleicht dankeschön dass du bei warst so was waren das für dinge laden was ist das für ein laden flusslande hafnis lagerraum ach so das sind rad der walküren hä was sind das für läden ok müssten wir vielleicht noch mal gucken so und genau das sind ja diese das sind diese portale da haben wir auch noch ein paar vor uns wie gesagt da machen wir mal irgendeinen abend irgendeinen stream machen wir denn mal reinet wie soll ich es jetzt nennen metzeln ja wo wir uns nur um walküren kümmern und um diese weltenrisse weltenrisse so hießen sie ja so aber unser eigentliches ziel hier unten haben wir noch die welt des nebels die welt des niffelheim freischalten aha der wäre wo welten tisch benutzen um nach niffelheim zu reisen ach so alles klar das könnte nicht so schwer sein und hier haben wir noch ein paar schätze vergraben da können wir vielleicht auch irgendwann dennoch mal nachgucken äh wenn wir ein bisschen lust drauf haben gelle jetzt sollte alles relativ zu finn sein weil die bilder sind hier zum beispiel im hintergrund ist derselbe wasserfall wie nee ist nicht derselbe wie der hier aber ich denke mal die sollten zu finn sein und ich gehe aber ganz stark davon aus dass uns dort ebenfalls so der eine oder andere gegner äh erwartet ja interessantes bild war wir sehen in der mitte dort das ist die weltenbrücke also das ist alles irgendwo zu finden ja gut was sagt unser hauptquest jetzt da der weltenturm in jütunheim wieder erneuert wurde können wir vielleicht die weltenreisekammer nutzen zu türes weltenkammer zurückkehren na denn mal los ich weiß nicht was wir in jütunheim vorfinden aber wir müssen unsere spuren verwischen odins raben werden ihm berichten dass der turm wieder steht und er soll nicht den lohn für unsere mühen ernten also gut das heißt wir müssen nach jütunheim gehen bitte Ach, das hat er schon eingestellt. Okay, na dann mal los. Was? Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es nicht. Wer weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hört mal, er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindri oder manchmal Brokk an diesem Berg herum. Wir sind in den Lungen, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brokk und Sindri! Naja, denn mal los. Wenn wir mal gucken, das heißt, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt ja den ersten Auge suchen müssen von ihm. Hat die gar nicht an der Lautstärke was die ändert? Ne. Achso, mit denen wir ihn sprechen. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Was? Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr und ich. lehnt er ab. Verzeihung. Entschuldigt ihr mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Aasen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Oh Junge, so schlimm ist das doch noch alles nicht. Finden wir besser heraus, was die Welten-Schlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rad. Also gut, was ist kaputt? Gut, okay. Dann schauen wir mal schnell, ob wir noch irgendwas machen können. Was könnten wir denn kaufen hier? Auferstehungsstein. Ja, du kannst halt nur einkaufen, wa? Wenn er weg ist, ist er weg. Ressourcen. Weltenschlangen, Schuppen. Das können wir leider, das, was ich brauche, können wir nicht kaufen. Ja? Eine Frostflamme und eine Chaosflamme. Die, die ich brauche, können wir nicht kaufen. Kalte Nebel von Niflheim. Achso, die kriegen wir erst, wenn wir in Niflheim waren. Rasen des Entferno von Muspelheim. Ach, da können wir nur in Niflheim. Wahrscheinlich erst, wenn wir diese Eventkette durch haben, mit dem Trainingsdings dort, wa? Ach, Kaimi, ne. Auf diesen Wettkampf hatte ich ja eigentlich wenig Lust. Die Frage ist immer noch, wann in Niflheim kriegt man denn irgendwas? Lingen, schwerer Runenangriff. Okay. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Material, würde ich sagen. Größere Feuerwappen. Die kriegen wir alles nur in dem Wettkampf mit dem, in der, in der Feuerwelt. Ja, da kriegen wir alles nur da. Schwellende Glut, Feuerwappen, größeres Feuerwappen, Glutwappen. Ei, ei, ei. Also bleibt uns ja auch nicht an und übrig, mal ja niemals dort ehenswege Kämpfe durchzuziehen. Der Ball hat natürlich voll Rind beim Schaden, wa? Hat aber wenig Frost. War wie hochsagt. So, und um Ditz zu kriegen, müssen wir definitiv nach Niflheim. Okay. Es bleibt nichts anderes übrig. Dann müssen wir ein bisschen trainieren, meine Lieben. Dann müssen wir ein bisschen trainieren. Ist aber auch nicht so schlimm. Nach Niflheim müssen wir sowieso um eine Art Nebenquest abzuschließen. Und dort waren wir auch noch nicht. Also gucken wir mal. Und mit der Rune, die wir jetzt haben, können wir doch eigentlich überall hinreisen. Eigentlich. Wir gehen erstmal nach Niflheim, um mal zu gucken, was da überhaupt los ist. Maspilheim kennen wir ja nur schon. Ja. Ja. Und das heißt, dass er auch nach Niflheim will? Ja. Er ist geradezu gesessen davon. Aber das hat überhaupt keinen Sinn. Oh. Seit wann erzähle ich Unsinn? Weil Dürr wollte durch uns den Weg nach Niflheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Niflheim müssen. Das ist verrückt. Wenn Odin und Baldur nach Niflheim wollen und glauben, dass wir der Schlüssel sind, woher wussten sie das, bevor wir selbst überhaupt wussten, dass wir dorthin müssen. Mimir besteht darauf, dass es Sinn ergibt. Sehr schön. Vier Entdeckungen nur. Kann ja nicht so groß sein. Aber gucken wir mal. Auf jeden Fall sieht die Welt erstmal vom Weltenbrunnen her schon mal recht schön aus. Gucken wir mal. Warum zieht denn der schon seine Messer? Ihr seid doch überall, Bede, wahr? Ach, hei je. Die Welt des Nebels. Eieieiei, Ziele. So. Mal schnell geguckt. So, hier haben wir abgeschlossen. Zum Schluss, was momentan übrig bleibt, ist das Valkyren-Ding. Wir sind in der Welt des Nebels. Ja. Was ist das denn? Seltsam. Ja, seltsames Material. Nebel-Ecos. Hä? Mit Sicherheit nicht. Also, es ist schon mal klar, dass man durch so eine Tiefen nicht durchgeht anscheinend. Junge. Junge. Mal sehen. Das ist mir ganz spannend. Er hat nichts gesagt. Ja. 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 Kehre ich. Ja. Mötzugnir. Mötzugnir. Eieiei. 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 Alles klar. Ja. Ja. Eieiei. Eiei. Mötzugnir. Ja. Ja. Eieiei. 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 Ja. Eieiei. 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 500 Nebenechos beschaffen. Und wie viele haben wir schon? Ressourcen? Sehen wir das irgendwo? Nebelechos. Hausflamme. Nebel, Nebel, Nebel. Kalte Nebel. Niefelheim. Nix, nix, nix. Wir haben doch schon Nebelechos eingesammelt. Wo sind die hin? Hä? Da unten. 115 haben wir. Na, herzlichen Glückwunsch. Brauchen wir ja bloß noch so viel. Hier steht was. In diesen verfluchten Ruinen gibt es seltene Nebelechos. Gebrachtvolle Rüstung. Die Gegner fallen und schätzen werden bei ihrer Rückkehr zurückgesetzt. Die Gegner? Fallen und Schätze werden... Achso. Fallen und Schätze werden bei ihrer Rückkehr zurückgesetzt. fliehen sie mit was sie können. Sonst werden sie zum neuen Opfer der Werkstatt. Achso. Also es wird immer alle zurückgesetzt, versteht das richtig? Ach, bei der Rückkehr. Das heißt, wenn du eh mal durch bist, wieder zurück nach Midgard gehst und wieder herkommst, ist wieder alle da. Das alles ordnet sich jedes Mal wieder neu? Unglaublich. Atreus, konzentrier dich. Dies ist ein gefährlicher Ort. Die Kreativität der Zwerge. Beeindruckend und gefährlich. Achso, das ist der Text, der da steht. Okay. Na dann bitte mal... Du Schäzer. Okay. Ich finde die Kreativität der Zwerge. Du Schäzer. Du Schäzer. Du Schäzer. Du Schäzer. Du Schäzer. Ah, shit happens. Wunderschön. Trink mal einen Schluck. Machen wir gleich. Wenn ich aus dem Nebel kurz raus bin, ja? Grüß dich. Na, gut. Ach, wir sind weiterhin im Nebel. Wie schlecht. Das Lippenmesser. Was ist denn jetzt passiert? Ah, eine Falle. Da war eine Falle. Da geht's. Es geht. Hier ist super. Allt, schick. Alles wunderbar. Außer, dass ich gerade gestorben bin. Aber ist okay. Wirklich, alle tippitoppi, meine Liebe. So, das heißt, dass die Kaputten jetzt wieder hier sind? Ich kiss das nicht wahr. Ich kiss das nicht wahr. Oh. Oh, oh! eigentlich nicht immer lol ist sehr aufbauend meine liebe sehr aufbauend ist eine wand die zu jesus das nicht gut aus das heißt sieht man wenn ich jetzt hier raus hier denn wir müssen immer zurück wenn leute drücken wenn ich sehe die rune nicht du wirst schnell schwächer ist das nicht hier die dauer sterbesendung bin ich hier richtig ja herzlich willkommen in diesem unternehmen sehr gut sehr gut auf jeden fall es spurt an es spurt an wirklich genau sehr 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 positiv gegenüber der situation jetzt wo noch einer wie wäre es er denn Oh, ich bin halt. Ach ja, als wenn er nicht auf den Sack geht, oder? Nehme jetzt nicht gut, sonst wäre ich ja noch am lieben, du musst, du musst irgendwann hier durchkommen, aber wahrscheinlich bringt es dir gerade nichts, du musst den Kram sammeln, da sind wir hierher gekommen, wo ist denn jetzt diese Tür mit den Messern? Du bist schnell schwächer! Au agh! Ohh! Aah! 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 uminante Dos unfolds! du hast gar keine chance wenn du durch den nebel stirbst hast du gar keine chance also gehe davon aus dass du immer nur die erste situation spielen kannst